Musik So Wo ist denn hier die Bushaltestelle? Jungs, wir sehen jeden an, wenn ich Yassi ne? Sehr gut Jussi, sehr gut So Jungs, ganz ruhig Yassouf, gib mir mal nochmal Motorrad Gib nicht Yassouf, gib nicht Yassouf Wenn ich auf Wasser, gib mir einfach Wir bringen uns halt um Yassouf gib nicht Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wer ist das da? Ich hab Angst Kann niemandem tauern Was ist denn los mit dem? Der ist krank, Alter Ich hab nichts getan Du hast nichts getan, du dreckiger was? Oh mein Gott, der andere fährt mich um, Alter Ich flipp aus, Alter Jungs, Alter, ihr macht euch echt so viele Feinde Wenn ich einmal die Scheiße umkippe Da gibt's kein zurück mehr Irgends beruhigt euch mal wieder Wir wollten doch hier nur ein entspanntes Röntgen GTA spielen Ich würde nur Bus fahren Hast du noch? Dann bin ich wieder schuld, hä? Ich bin wieder schuld Dann bin ich wieder schuld, hä? Ich hab doch dreimal gesehen hier wieder Jeder holt sich jetzt einen Bus Das war Google Junge, wie früher ein GTA 4, Alter Was war das Beste? Wie heißt sowas? Bus Depot oder was? Wie nennt man sowas? Bus Haus Bus Haus, okay Einfach Bus Haus Ich seh wie alt GTA 5 schon ist Ja 8 Jahre? Wie Jahre? Nee 6 Okay Das ist auch schon viel Sorry, sorry Auf PS3 gab's das ja auch schon Genau Ich glaub doch 8 Jahre 2012 oder so glaub ich erschienen Oder später Warte von mir ab, ey Du gibst deine Sachen jedem, Yusuf Natürlich gehen wir irgendwann kaputt Ich sag dir, gibt die Sachen nicht Der Luca hatte den Luca wollte die nicht kämpfen Ich find das stimmt Guck die nützen deine Kraft Er hat immer falsch anvisiert Jaja Wo fährt der Ist der hinter uns Wir finden dir schon einen neuen Bus Du willst uns nur umbringen, oder? Alter, der hat nen Panzer Ja Erstmal das weitersuchen Nein Reicht dir auch ein Lkw, Hassan? Ich bin der Stadt nicht so richtig Reicht dir auch ein Lkw, Hassan? Ich fähre ein Bus, Mann Was für Lkw? Wir kommen im Lkw an Das ist eine Option für mich Wir finden dir einen Bus Soll man irgendwas spielen, Jungs? Jungs Jungs, wir finden ihm jetzt erstmal nen Boss? Ne, diese Spielmodi sind doch nie lustig Arena War können wir auch mal machen Für dieses Kampf Ich will auch Bus fahren Oder dieses Gladiatorenkampf Gladiatorenkampf? Ja, so kleine gegen große Autos Wieso fühlst du da? Kleine müssen überlegen Was für wer hast du denn? Kann ich was kaufen? Und hast du es gefunden? Ne, ich suche noch Und Luca? Ich suche noch Also ich habe eine Wegbeschreibung gefunden Aber das sehe ich mir nicht drauf Für ein Bild auf der Nacht Was? Das willst du von uns Das willst du von uns Was? Was? Das willst du von uns Nix Ja, ja, ja Kommst dann mit so nem Panzer, Alter Und sagst nix Ich will ein Blem, Mann Ja, ja Hätt's wohl gern, dass wir nen Bus haben Ist das jetzt wieder? Ist das jetzt wieder? Das ist mein Auto Was hat der das schon wieder für nen Gefährt? Ich find das einfach so komisch, wenn sowas einfach Raketenwerfer gibt Was hat Raketenwerfer so ein fliegendes Motorrad oder was? Ja Lkw Lkw Also Motorrad Lkw Ja Lkw 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 wo ist bus sucht doch bus was hast du ein auto doch hier ist bushalteplatz ich glaube wir müssen einmal um den block fahren der ist glaube ich noch nicht gespawnt hat hassan einen neuen wagen was das denn für eine straße ich will einmal den wagen hier parken ich wollte die sache deeskalieren aber du musst es jetzt wieder die brechstange auspacken der hat die brechstange ausgemacht wird wörtlich ich kann doch mal haute gehauen jetzt ganz ruhig wir wollen jetzt nur hier ich bin ruhig ich muss luka sagen wo ist luka warum krieg ich immer anrufe was Ist das dein Auto? Dein Auto Ist das dieser Wagen davon? Mein Gott Alter! Hä? Warum hat Luca das? Der schenkt ihm das immer Wie hieß Wieso ist jetzt hier ein Bus gespawnt? Noch keiner gespawnt Warte mich anzuwenden Wichser Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Hä? Wie ist das denn? Alter! Ey, geh mal weg! Das Auto ist bis hierhin geflogen Ja ich will auch direkt drüben Ich will auch mit dem Ding fliegen Luca Ja ich glaube du bist auf ne Runde Warum werde ich angefangen jetzt? Ganz ruhig Ich war das Scheiße Yusuf Das ist Was gibt's hier für Sache Alter man, ich bin hier in der Zukunft gelandet Wusstest wie ich kann ich landen? Jassin sind wir friedlich Ich hole ein Helikopter jetzt Sind wir nicht friedlich? Ich hole meinen Helikopter und flieg weg Ja greifst du mich an oder nicht? Ich warte auf dieses Helikopter damit ich wegfliegen kann Ich halte den Boss mal auf diese Krise und Fliege Okay dann steig bei mir ein wenn du willst Steig bei mir ein Ich hab Auto bestellt Wie fliegt man das? Ähm 1 2 2 15 Da ist der 1 2 Aber die sind friedlich ne? Oh mein Gott Ich hab hier ein ganz normales Ah der kann nicht so lange in der Luft bleiben ne? Kannst du mich auch oder nicht? Sag mal Nein man Hä ich bin einfach rausgeflogen Pfff Will du mich verarschen? Was hast du auf dich rausgekillt? Nein Ist das dein Helikopter? Ist das dein Helikopter? Du hast dich rausgekickt Mach wieder auf Jusuf Ich versprach sonst sterbe ich Das liegt hier vor meiner Schnauze Ich muss einsteigen So das? Ja jetzt schwätz nicht Mach wieder auf die Scheiße Steig ein Steig ein Der will nicht mit dir kommen Warte Luca Ich will mit Kann man so zweit? Ist ne Einsitzer Hier warte nimm Ich sterb gleich Nice Nice Ey ich schwöre bei Gott Der regelt mich grad Ist wirklich Ist wirklich Ich bin ey du Wichser Alter warum machst du das? Jetzt tut er so als hätte er einen Grund Um mich wieder umzubringen alter So Junge dann nehm ich nur Sonst steig ich ihm hier ein alter Bauchen Bauchen deine Almus nicht Ja Ich hab das jetzt Wie fliegt man die Scheiß? Verfolg mal Asa Meiner zieht einfach den Hut auf Nein Nein Ah fuck Nein Nein Warum hat Warum hat Warum hat Warum hat er einen Hut aufgezogen? Ich weiß nicht Ich hab den Hut noch in der Hand Alter Ich hab den Hut noch in der Hand Ich hab den noch in der Hand Was geht Ich hab den noch in der Hand Ich hab den noch in der Hand Was geht Oh mein Gott Was ist hier bei euch? Der hat einfach nen Hut angezogen Ich denk das ok Sicherheit geht vorher erstmal Hut anziehen Scheiße Ey meine Friese ist komplett broken Guck mich mal an Wer bist du? Wer ist da? Jusuf guck mich an ey Ah fuck Wo bin ich hier gelandet? Man wo bin ich hier? Ah du Hurt Ah Jusuf hol mich mal ab hier Okay Okay Jetzt beruhigen wir uns wieder Wer ist wo? Jusuf du hast mich hier Du hast dich die ganze Zeit überfahren Jusuf Wirst du hol mich mal hier ab Bitte Wo bist du? Ich komme jetzt hier runter gesprungen Ich bin irgendwo vor uns im Bahngleis Ich komme mir nicht weg Boah ich krieg nur anrufe man Du hast ein bisschen fame Du hast immer noch Immer noch keinen Weg gefunden Diese scheiß Anrufe abzuschalten Hast du bist du das hier? Ja ich boxe mit dem Bauarbeiter Oh ne Sinn Guck mich mal an bitte Was los? Ey Mann Wie sehe ich bei dir aus? Ich habe einfach Hut in der Hand Ey deine Haare Sieht aus wie normal Also wie halt real life Ja aber ich habe Hut in der Hand Das ist eigentlich komplett broken Ah lol Ich sehe es Oh ne Sinn Du hältst ihn als wäre so ne Taschen So ne Tasche oder so Ja das ist dumm Aua 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 Warte ich richte das wieder Ich richte dir das So mich ey Warte kurz Warte kurz Ich muss einen Schlag noch auf deinen Kopf machen Juhu Uh Ey was gerade warum beide mit Sohlen auf mich hier Alter Ich habe dich geschossen Guck mich aus hier Was ist das bei mir passiert? Was ist das bei mir passiert? Kuckuck spät in meiner Hand Ah ey Bastard Wer ist das? Aber ich bin wieder raus Weiß Ey du Wichser Ey was Kanalisation alter Spiel jetzt übertreibt er mich Ich gehöre ich nicht hin Das kann doch nicht sein Genau da gehörst du hin Jungs ich werde Bock im Film aus Schauen Ah Was für ein Film Ähm Avengers Ähm Endgame 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 mit deiner Tante Wo denn? Endgame Hier bei mir kommt Soo wo bist du denn? Bei dieser Kamera wünschen Bei dieser Kamera wünschen Ich hab schon wieder ein Motorrad um das zu fixen Wo hat der den Hut aufgesetzt? Erstmal Erstmal Was? Ey was gibts hier für Waffen alter Ah Ja Einen Alien Pistole Fiss dich alter Werfiss dich alter Jeder mit mir hat mich über die Wo bin ich hier gelandet man Erster bezahlst du einen Eintritt für mich Jaja komm hier Hier guck hier das ist ähm Firm Hier Cool hey Cool hab ich gesagt Ey was zum ich musste meinen scheiß hier fixen ich kann mich fixen wenn ich tot ist wirklich mal ganz kurz doch mal wieder aber ich habe nur angeschlagen ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig was ist das hast du seine waffe ich muss die polizei umbringen du bist voll da reingelaufen warum machst du das ich will nicht jeden als feind haben ich weiß nicht warum ich den hut hier habe ich wollte dich nicht umbringen ich dachte du bist wer kommt denn mit hubschrauben alter wer hat so viele eier ja tschüss sein wofür hat mir die waffe sein oh mein geundes der frem ist einen mit dieser waffe ganz ruhig ich gehe da ab alter nein Luca nein der tritt auf mich ah das war ein fehler das war ein fehler du gib mir jetzt die waffe alter mach die waffe ich bin die waffen alter ihr muss sie mir droppen ey komm lass meinen waffen laden gehen doch da ist sie guck Jungs da ist sie da ist sie wo der Da Hey chill komm ins kino ey warum will i check stumpf ah polizei fuck alter hier warum greift die polizei mich an alter Wer attackiert mich einer? Wer ist das? Ha! Ha ha ha! Wer war schneller Ayusuf? Was? Jajajajaja Und jetzt? Scheiß, jetzt fliege ich Scheiß, jetzt fliege ich Scheiß, Waffe Komm, lass mal in den Waffenladen gehen und die auch kaufen, Alter Lachen, lass mal Dies kostet so viel 400.000 Halt so ab, Alter Oh mein Gott, ey Lachen 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 Wo ist es, du? Ich hab dir geholfen, ich hab dir umgebracht, hast du gesehen? Ah, warum kommt der jetzt wieder von der Ecke? Und jetzt fliege ich wieder Hä? Ich muss dich nicht sagen, ne? Wo ist Jasin? Aber Jasin schießt mit Panzer auf euch Was macht der? Wer ist mit Panzer gekommen? Jasin, du verdammter, ich wollte gerade mein Dings fixen Ah, okay Ah, okay Jetzt hab ich Hut wenigstens auf Kopf und nicht mehr in der Hand Ich schlägt mich gegen Panzer an! Du driss mich nicht! Warum machst du es nicht selber? Ich tue doch nix Guck mal, ich laufe zu Fuß rum, Alter Ich will hier raus, Alter Wie fast ist dieser Panzer? Leckt nicht Ich hab Reifen drauf Kannst mir gerne helfen Ich hab Reifen drauf, Wurte Zeit Wie willst du? Äh, scheiß, jetzt hab ich von den Kopf gejagt Jungs, komm, lass mal Frieden schließen hier, das geht zu weit Warum fährt Jasin immer weg von mir, ey Willst du mitmachen? Komm, zweite Dings hab ich frei Kommt, Jungs, mach mal kein Shit jetzt Kann ich auch rein? Na, ist euch rein Ich geh rein What the... Aaaaah Ja, sie kommen, ich werde den Dings verwechseln Ich hab mir Jusser mal den Dings geworfen Ich will auch diese ganzen heftigen Sachen kaufen Wo bist du? Da musst du ein bisschen Blackjack schwingen von dir Alter Wo musst du, Luca? Wer bist du von dir? Ich springe in den ganzen Haufen mit, Walter Ich hab immer noch einen Wegpunkt Ganz ruhig, Jungs Was? Wo musst du nur so schnell wieder her, Alter? Kann ich auch da rein? Hä, da kannst du rein, Entre Ja, ähh, doch kannst du rein, LGBTQ Oh mein Güttnis, was zum Teufel war das? Geht ihr? Was ist hier passiert? Ey, ich kann mir nicht erzählen, dass sie so schnell die Sachen spawnen, Alter früher muss man irgendwo abholen die cheaten ihr wisst nicht was jetzt passiert alter ihr habt mich echt sauer gemacht ich habe mich echt sauer und habe ich diesen wegpunkt luca und muni wissen was jetzt passiert erstmal das ganze ersparte das ganze spielte geld es ist wie ich mal raus aus dem pfanzer ist um mein gott da was hat der finn trifft Wo ist Yassin, Alter? Ist das Yassin's Karre, ey, schau mit dieser Karre. Hey, du Wixer. Was geht hier ab? Ey, Junge, diese fucking Anrufe. Ich will gar keinen Nerven mehr, Alter, wenn's hier. Ah, ich schmeiße mich raus, egal, Spaß hat dich, ey. Spaß hat dich, ey. Mann, diese Cops, Alter. Erstmal die Cops abhängen. Geil, die Rakete nie aussehen? Warte, das Motorrad brauch ich. Ah, ich muss kurz untertauchen. Ja, was ist, warum ist das nicht wunden? Ja, gut. Du Wixer, Alter. Oh mein Gott, warum hab ich nen Sniper? Ui, juhu. Schlau, ey, gut, dass ich nen Hammer hatte. Hat mir nix gemacht. Ey, ich glaub, ich muss diesen Hut für ewig tragen, ey. Ich kann nicht Hüte ausziehen. Alla wegbeeeet. So nicht. Ah, raus hier. Oh, fuck. Was ist hier los, Kriegsgebiet, Alter? Was? Irgendwas ist hier passiert, Alter. Wir wollten doch nur ne ruhiges Röntgen spielen. Ich wollte doch nur Bus fahren. Ne? Lass den Jungen doch Bus fahren, ey. Was machst du hier? Was soll das? Ey Junge, warum hast du das gesperrt, Alter? Yes. So, wie fliegt man das nochmal? Ah, der kann nicht die ganze Zeit in der Luft bleiben, ne? Hä? War das nicht so ein Motorrad mal das... Das ist ja besser eins. Ach, das ist das neue Modell? Alter, das ist ja richtig OPS Fahrzeug. Äh, wisst ihr, was ist das Motorrad? Wie teuer ist das? 3 Millionen? 4 Millionen? Kann man sich leisten? 4 Millionen? Ach du Schräfer. Ach du Schräfer. Das ist erst ohne Raketenwerfer. Wie, 4 Millionen ohne Raketenwerfer? Ja, 4 Millionen ohne. Du musst es extra, ähm, upgraden. Und dafür brauchst du einen, ähm, LKW. Du musst Helm aufsetzen, wenn du bei mir mitfahren willst. Okay. Ich, äh, wäre mir ein Licht kaputt geballert. Ah, mit X kommt man runter. Da sind die ganzen Boys. Kann man die Raketen noch abschalten? So, wie sieht der hier die ganze Zeit irgendwie... Was zum... Wo kommt das denn jetzt her? Kann ich auch auf dem Boden damit fliegen? Quasi? Oder zieht der die ganze Zeit hoch? Und X gedrückt halten, ne? Ja. Du versteckst du dich hier. Ohne Sinn, dass du mich jetzt abballerst. Steckst du dich umballert dann ab. Warte, springst du. Ich hörte, ich hörte. Ich hörte, ich hörte. Ich hörte, ich hörte, ich hörte. Ich hörte, ich hörte. Ich hörte, ich hörte. Ich hab ein Buswerfeld gefunden. Du solltest mich hinter mir. Hinter mir. Ah, da. Ich hab das Zeug kaputt gemacht. Das ist okay hier. Fliegst du gerade mal her? Ne, jetzt nicht mehr. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab immer noch keinen Bus. Wo ist dein Hut? Weg. Gott sei Dank. Halt. Der sagt kurz hat er Angst. Ich glaube, wir müssen einfach wieder auf einmal. Was machst du da? Oh, what the fuck? Jo, bin ich mit Schlägerei oder was, ey? Oh, was? Oh, ah, ah. Scheiße. Was ist das? Schlagring, alter Partner. Ah. Was? Ja, warte. Ich hab ein Flugzeug anschlag gemacht. Komm, lassen wir jetzt den Bus holen, alter. Ja, man, echt. Ey, ich spawn immer weiter weg. Komm, schiss. Ach, Hasan macht dieses Event, alter. Ah. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ich bringe dich her. Warum kippst du nicht aus? Welcher Wichser zielt auf mich? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Hm, was hab ich? Wo hast du so viel Leben? Alter, hier ist immer noch kein Bus. Ich glaube, wenn wir hier die ganze Zeit chillen, dann kommt keiner. Ja. Oh, was? Ey, was können wir jetzt machen, alter? Ich bin echt kein Mist mehr. Und zum Beispiel stecken, alter. Mach alleine, alter. Ich bin im Bus. Ich mach mit. Mach mal eine Mission, man. Oh. Guck, was mit meinem Arm passiert ist mit mir. Alter, was ist das denn? Guck, der eine Arm hält es überhaupt noch. Das sind doch Tattoos. Was ist Tattoos? Scheiße. Oh, tschüss, ey. Tschüss ey. Hattest du auch mal Glück gehabt, alter. Haha, scheiß. Gibt es nicht noch eine Bushaltestelle irgendwo? Wo? was habe ich denn hier ich bin zu nah am gegenwärtigen fahrzeug guten abend ist das dein fahrzeug wie macht man das noch mal so ne oh sorry ganz ruhig warum das tut ja dann nehmen wir den gewinn auch ich hab und komischerweise keine anderen um andere nachkampf er hat so ein bisschen ich weiß ich hab ja auch alle die Kopie habe ich die zwischen Schmerz Was ist das jetzt auch zu mir? Das muss ja schön demoliert werden. RIP doch. WTF? Sieht er sich auch? Was? Du auch? Was? 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 WTF? Ich erweise dir die Ehre. Oh, vielen Dank. Oder was? Okay. Das ist cool, Alter. Das ist echt cool. Das ist nice, ey. Oh, yeah. Ich bin ganz hart. Das war schön. Was? Alter, ich dachte, wir hatten gerade einen ganz besonderen Moment. Du warst so nah am Auto. Nee. Du hast mich umgebracht. Ich bin ganz hart. Ja. Du hast dann noch einen C4 dran platziert, ohne dass ich das sehe. Ich... Ich schwöre nur ein, Alter. Ich schwöre nur ein, Alter. Oh mein Gott. 10.000. Ah, scheiße. Bäh. Dann misshörst du dich auch noch. Luca? Komm. Ich nehme den leichten Weg für dich, Alter. Nein, tu das nicht. Alter, hat's getan. Das ist viel zu nah am Auto, Alter. Du bist zu Luca. Mein Helm ist viel cooler als deiner. Ja. Ey, ich hab das nicht. Ich wusste, dass du irgendwas sagst. Was machst du? Ich wusste jetzt. Okay. Sag das nie wieder auf meinem Motorrad. Dann halt ohne Helm. Helm ist Pflicht bei mir, okay? Aber... Ich bin nicht Helmvergleich gemacht, Kollege. Guck ihn dir doch an, ey. Ich guck nicht, guck nicht. Kannst du deine Kle... Achso, ne, es geht nicht. Uh, weiß man gut? Scheiße, Alter. Wie ist das denn passiert, ey? Ich hab's nicht gesehen durch meinen Helm. Oh, das ist doch viel besser als mich. Das ist zu gut, dass ihr Helm aufhört. Alter, der sagt besser als Bus, ey. Geh mal zurück. Was ist denn der Tuningwerkstecker? Hä? Guck mal, ja, ich würde... Ist das der Motorrad-Tune? Um die Uhrzeit? Oh, ja, ich bin nicht so spät dafür. Du hast recht und her. Guck mal, wir haben das wieder. Gucken wir lieber in den Mittagsstunden. Guck mal, ich bin nicht so spät. So, endlich, Alter, endlich. Endlich. Aufstehen, Fahrzeug. Aufstehen, Fahrzeug. Endlich. Kann man das fahren? Was sieht ab, Guys? Nice, Alter. Er hat mir das geklaut, ja, Mann. Komm, Alter, jetzt damit zu Hasan. Vielleicht wird ihn das ja befriedigen. Vielleicht wird ihn das ja befriedigen, Alter. Er fährt von mir. Ja, ich muss einmal wenden. Ja, dauert ein bisschen, ey. Kannst du irgendwie das Ding drehen? Ne, wie geht das? L1? Oh, scheiße. Spezial alles dafür. Pfeiltasten. Ne. Ne, geht nicht, ne? Das wär cool gewesen. Bus Hasan. Aus dem Weg. Meine Güte, immer diese Passanten. Wo ist er denn, ey? Der kriegt die Stimmung. Ah, das. Da ist er. Wir müssen hier lang. Alta, Mann. Das war's mit dem Baustellenfanzen.